Oelsnitz, große Trauer bei Stefanie Hertel, sie musste sich von ihrem Vater Eberhard Hertel verabschieden. Stefanie Hertel, ihr Vater Eberhard ist mit 85 Jahren verstorben. Als Stefanie Hertel, 44, 1985 mit gerade einmal sechs Jahren ihren ersten Fernsehauftritt feierte, war er an ihrer Seite, ihr Vater Eberhard Hertel. Der Volksmusiker, der in der DDR große Erfolge feierte, elf Alben in seiner Karriere veröffentlichte und lange Zeit festes Ensemble Mitglied der Sendung Obernhofer Bauernmarkt war, erkannte schon früh das Talent seiner Tochter, ermutigte sie stets, Musik zu machen und half ihr schließlich zum Durchbruch. Vater und Tochter teilten all die Jahrzehnte dieselbe Leidenschaft und waren hinter und auf der Bühne ein unschlagbares Team. Umso schlimmer ist es nun, dass sich Stefanie Hertel für immer von ihrem Vater verabschieden musste. Wie zunächst die Freie Presse berichtete, ist Eberhard Hertel am Donnerstagmorgen friedlich im Alter von 85 Jahren eingeschlafen. Oberbürgermeister Mario Hohan der Stadt Oelsnitz hat ihm zu Ehren sogar die Stadtfahne vor dem Rathaus auf Halbmast gesetzt. Eine rührende Geste für den verstorbenen Ehrenbürger der Stadt. Stefanie Hertel, sie war mit ihrem Vater im Winter noch auf Tournee. Stefanie Hertel sowie Ehemann Lenny Lana und Tochter Johanna Mross haben sich bisher noch nicht zu dem Tod ihres geliebten Vaters, Schwiegervaters und Opas geäußert. Kaum verwunderlich, immerhin ist der schwere Abschied von Eberhard Hertel erst einige Stunden her. Nähere Details zu seinem Tod gibt es noch nicht. Im November 2023 schien es dem Schlagerstar trotz seines steigenden Alters noch gut zu gehen. Im Interview mit Woche der Frau erklärte Tochter Stefanie. Mein lieber Papa wird 85 Jahre alt, unglaublich. Obwohl es schon hier und da mal zwickt, lässt er sich davon nicht beeindrucken, sondern lacht und singt Wehwehchen einfach weg. Mit 85 Jahren war Eberhard Hertel sogar noch so fit, dass er mit seinem Sprössling im Winter eine Weihnachtstournee bestritt. Für die beiden sei diese seit vielen Jahren eine ganz besondere Zeit. Leider war es 2023 sowohl die letzte gemeinsame Tour als auch die letzte Adventszeit zusammen. Wir wünschen der Familie Hertel in dieser schweren Zeit viel Kraft.